Benesov-Nad Pluchnizzi ist eine Kleinstadt im nordböhmischen Ogristigin, Ustekikratz, Tschechien. Benesov wurde wahrscheinlich um 1230 an einer von Prag über das Elbtal nach der Lausitz führenden Handelsstraße an der Mündung des Bachs Beistrain. Die Plautschnis angelegt. Der Ort wurde 1283 erstmals erwähnt, 1392 erfolgte die Verleihung des Stadtrechts. 1426 zerstörten die Hussiten einen Großteil der Stadt und ermordeten die Hälfte der Einwohner. 1515 ging die Stadt aus dem Besitz der TRCKA von Lipa an die aus der Magmeißen stammende Familie von Seilhausen über. Damit begann die Blütezeit der Stadtentwicklung. Die neuen Stadtherren ließen unter anderem zwei Schlösser errichten. Das obere Schloss in den Jahren 1522 bis 1524, das untere Schloss 1540 bis 1544. Beide gelten als besonders wertvolle Renaissance-Denkmäler. Seit 1562 gehörte die Stadt anteilig zu den Herrschaften Bensen und Binsdorf. Den Bensener Anteil erwarben 1631 die Grafen von Thun-Hohenstein und den Binsdorfer Teil erhielt 1634 Johann von Aldring. Unter den Erben von Aldringens erfolgte eine weitere Teilung, sodass Bensen 1654 vier unterschiedlichen Besitzern gehörte. Der Ausbau des Straßennetzes steigerte um 1820 Dreißigstel die Bedeutung Benezoffs als Handelsort und begünstigte ab 1828 die Ansiedlung der Textilindustrie. 1869 erhielt die Stadtbahnanschluss durch die Böhmische Nordbahn. Die Stadt entwickelte sich in der Folge zu einem Industriestandort. Bis 1945-46 war die Stadt überwiegend deutsch besiedelt. Heute leben in der Stadt 4000 Einwohner. Südlich der Stadt befindet sich der Bergkohut, der aus Teresinske Odoli über einen Wanderweg erreichbar ist. Gemeindegliederung Die Stadt Benezoffnat-Pluchnizzi besteht aus den Ortsteilen Benezoffnat-Pluchnizzi und Ovesna, die zugleich auch Katastralbezirke bilden. Grundsiedlungseinheiten sind Benezoffnat-Pluchnizzi-Stritt, Czesko-Lipska, Ovesna, Potowesnu, Sedmiru, Siedliste, Taborski, VLCH, Teresinske Odoli, Uhrbitova, Ukuperliste, Unadresi, Unoviskoli, Upaku und Uroschleni. Die Sehenswürdigkeiten Unteres Schloss bestehend aus drei Gebäuden Oberer Bau, Johann bzw. Unterer Bau, Tschernin-Morzin-Schloss 1878 für Gräfin Aloysia C. Zernin umgebaut Herrenhäuser Östlich des oberen Schlosses Starr-Schädelhaus URSPR Konoyetzki-Haus erbaut 1552 von Valentin Hirsch aus Annaberg, später benannt nach der Herrschaft Konoyet Kirche Maria Geburt Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit Museum und Galerie zum Heiligen Hubert Statue des Heiligen Johannes von Nepomuk Statue des Heiligen Adalbert Statuen am Kalvarienberg Mariensäule, Linde von Bensen, ein Naturdenkmal, Stammumfang von 315 bis 345 cm Partnerstädte, Deutschland-Heidenau-Sachsen Persönlichkeiten Theodor Grummann, österreichischer Großindustrieller, Großgrundbesitzer, Handelskamerad und Metzen Karl Hossinger, deutscher Verwaltungsjurist und Politiker Kurt P. Scherer, österreichischer Theaterintendant und Regisseur Fritz Möser, deutscher Künstler Roland Ducke, deutscher Fußballspieler Peter Ducke, deutscher Fußballspieler Frieder Wagner, deutscher Filmproduzent und mehrfacher Träger des Grimme-Preises in Gold und Silber La 보여드릴게요 bin froh, lord enthaltes Künstler-Ge issues 0.9 bis 0.9 bis 0.59 bis 0.1 bis 0.6 bis 0.8 bis 0.0 bis 0.11 bis 0.8 Wat MDR Tด significantly Vielen Dank.